Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Raid Boss Guide hier auf meinem YouTube Kanal Magic WL. Ja, mit etwas Verspätung kommt hier noch mein Mythic Guide zu Dorcene und wenn ihr also wissen wollt, was ihr beachten müsst, um diesen Encounter im mythischen Modus zu besiegen, schaut einfach zu, denn hier werdet ihr alles dazu erfahren. Wie mal zunächst einmal ein Überblick über die Fähigkeiten, die uns in, oder über die Änderungen, die uns in Mythic erwarten. Die sind hier relativ überschaubar, denn es kommt eigentlich nur eine neue Fähigkeit hinzu. Das ist eine Änderung am Desintegrationskranz. Die Nova verursacht bei Berührung tödlichen Schaden an allen Spielern in 1 Meter Range. Zunehmend tickt der 500% Debuff mit zusätzlichen Schaden. Das heißt also, die wichtigste Änderung, die man sich hier einfach nur merken muss, ist, dass die Nova nur mit Abstand zu anderen Spielern durchquert werden darf. Und man also folglich nicht ineinander stehen darf, wenn die Nova euch kreuzt. Ja, beachtet man dies, ist der Fight Zones ja relativ gleichwertig zum normalen und heroischen Modus. Wir stehen hier anfangs so im Halbkreis ein bisschen um den Boss herum verteilt. Auch hier ist dann wieder das A und O, dass man den Domination Core fokust. Der muss also wirklich schnell umplatzen. Ihr seht's hier, die Nova kommt. Wir stehen alle gespreadet. Keiner steht ineinander. Man muss das ausschauen. Ja, und ansonsten auch hier dann ganz normal die Barrage spielen. Die erste ist die Melee Barrage. Da stehen also nur Meleys drinne. Bei der zweiten, das ist die Range Barrage. Da stehen dann nur Ranges drinne. Da muss auch wirklich im mythischen Modus jeder Spieler drinne stehen, wenn er dann entsprechend eingeteilt ist. Es wird wieder der Domination Core gefokust. Und dann gibt's auch gleich schon nach der zweiten Barrage die erste Intermission. Hier sieht man's, Barrage 2 kommt. Die Range Spieler stellen sich dort noch hinein. Es wird gesoakt. Und dann teleportiert sich der Boss an die erste Säule und saugt sich wieder voll. Hier müssen dann logischerweise entsprechend die He-Crewdowns eingeteilt werden. Da der Schaden im mythischen Modus logischerweise nicht ganz ohne ist. Währenddessen hauen die DDs einfach das Schild runter. So, und nach dem ersten Schild, das ist vielleicht eine Sache, die man beachten sollte. Denn hier kommen gleich die Novas. Und wir wollen jetzt, um zu vermeiden, dass dieser Kegel in die Richtung geht, wollen wir jetzt als Raid so in die Richtung verteilt stehen, dass wir quasi diesen Kegel in die Richtung raten. Das ist in dem Sinne wichtig, weil hier gleich entsprechend eine doppelte Nova gedodged werden muss. Und, ja, wenn man entsprechend diesen Bereiche freilässt, dann kann man hier an der Stelle sehr gut mit beispielsweise Night Fae oder Venture Covenant Ability sich entsprechend hier quasi auf diesen Spot dann porten. Und wenn man's ganz clever macht, kann man damit auch sogar mit einem Charge oder einem Blink in dem Fall entsprechend die beiden Novas dodgen. Ich bin als Warlock davor nicht so ganz betroffen, weil ich in der Mitte meinen Thilliport stehen habe, den ich gleich nutzen werde. Ihr sitzt hier, wir baiten den Kranz dahin, wo wir ihn haben wollen. Da oben sieht man's. Diese Novas kreuzen sich da. Und wenn man dann Night Fae oder Venture ist, kann man entsprechend dann, wie ich eben schon mal sagte, mit einem Klick beide Novas dodgen. Ich bin, wie gesagt, hier Warlock. Hab das so ein bisschen anders gelöst. Aber grundsätzlich, und das muss vielleicht für euch immer die absolute Marschrichtung sein, wenn ihr diesen Boss progresst, gerade wenn die Noven kommen oder mehrere Nova nacheinander kommen, müsst ihr halt immer so spielen, dass ihr eine dodgt. Einen könnt ihr nehmen, die nächste wieder dodgen und die nächste könnt ihr dann wieder nehmen. Das wird, ich glaube, an ein, zwei Stellen nur ein bisschen problematisch, wo man mal so ein bisschen dann auch in der Tat seine Night Fae-Fähigkeit oder sonstige Blink-Teleport-Fähigkeiten aufheben muss, um entsprechend dann auch mal zwei Ringe dodgen zu können. Aber das ist im Endeffekt dann das A und O bei diesem Encounter. Und dann gibt es dann letztendlich, muss man auch fairerweise sagen, dass einer der ersten Bosse ist. Da gibt es dann auch keine, ich sag mal, ja, Königstaktik, die man auf jeden Fall spielen muss. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, auch was das Positioning angeht. Und daher, hier ist wirklich wichtig, dass man einfach diese Grundmechanik mit dieser Nova entsprechend handelt. und ja, wie man letztendlich dann den Boss entsprechend positioniert, das kann man dann so ein bisschen individuell davon abhängig machen, zu welchem Zeitpunkt man dem Boss progresst und ja, wie auch sicherlich das Gear ausschaut, wenn man diesen Boss dann spielt. Ja, sonst noch hier wieder, wir haben den Boss mittlerweile schon auf 25 Prozent. Es passiert immer wieder das Gleiche. Die Domination Cores müssen halt gefokust werden. Hier kommt jetzt wieder Triple Nova. Ihr seht hier, den ersten gedodged, den zweiten nehme ich. Lass jetzt mal einen Debuff auslaufen und nehmen gleich den dritten mit einem DevCD. So, und das ist eben das, was ich eben schon mal meinte. Da muss halt auch jeder so ein bisschen, ich sag mal, für sich individuell gucken, welche Klasse spiele ich, welche Möglichkeiten habe ich und wie kann ich mir sozusagen einen individuellen Plan zurechtlegen, dass ich hier die Novas entsprechend spielen kann. Denn darum geht's. Ansonsten ist der Boss relativ einfach. Wir haben den Boss sogar in der Reihenfolge als zweites gespielt seiner Zeit. Ja, und macht man das halt sollte man auch relativ wenig Probleme haben, den Boss Zeit nachzulegen. Die meisten werden ihn wahrscheinlich eh schon gelegt haben. Wie gesagt, ich hatte den Guide jetzt erst veröffentlichen können, weil ich seit meinem First Kill sozusagen kein Videomaterial mehr dazu hatte. Von daher dürfte der Boss eh schon für die meisten erledigt sein, aber wenn ihr den Boss trotzdem noch progressed, sind das im Endeffekt die essentiellen oder ist das hier das essentielle Wissen, was ihr halt haben müsst. Und man seht jetzt auch hier ist der Boss kein Problem. Die vierte Nova hier gerade war ein bisschen schlecht gespielt und ein bisschen unlucky gewesen. Mein Teleport noch ein bisschen umsetzen müssen eigentlich. Aber ja, im Endeffekt beim aktuellen Gierstand regelt es dann hier auch das Gier entsprechend. Der Boss war in der ersten Woche ein bisschen problematisch, in der zweiten möglicherweise auch noch, aber mittlerweile muss man auch ehrlicherweise sagen, fährt man da einfach drüber. Ja, und mehr gibt es am Ende des Tages auch nicht zu diesem Account zu sagen. Ich habe hier unter Tipps und Timings, wie man noch einmal den ganzen Kampfablauf skizziert von uns einmal dargestellt. Da seht ihr auch genau, zu welchen Zeitpunkten entsprechen die Ringe dann spawnen. Im Endeffekt hat man am Anfang im P1 einmal diesen Einerring, dann Ring mal zwei, Ring mal zwei, zwei, und Ring mal drei, Ring mal drei und einmal am Ende dann Ring mal vier. Wobei, ich glaube, Ring mal vier sollte man eventuell mittlerweile auch schon skippen können von den Timings, sodass man im Endeffekt immer nur die Dreierringe zweimal dodgen muss und dann sollte der Boss eigentlich auch schon rot sein. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Wie immer der Aufruf an dieser Stelle, wenn euch der Content gefällt, den ich so mache, lasst doch ein Follow da, gerne auch auf meinem Twitch-Kanal. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, hoffentlich auch ein bisschen mit verbesserter Stimme wieder, ohne die Erkältung nicht aktuell mit mir rumschleppe. Seht es mir also nach. Von daher, bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, habt eine gute Zeit, ciao, ciao und bye.